Ja, ich bin eigentlich aus Berlin. Aber nach dem Krieg, da bin ich hier gelandet. Und dann blieb ich auch eine ganze Zeit hier. Ich bin Elektriker von Haus aus. Naja, Sie wissen ja selbst, wie das so ging. Eines Tages hatte ich keine Lust mehr, ich wollte weg. Ein Kumpel von mir war in Kanada. Er ist dann in Gefangenschaft gewesen und hat sich dann verpflichten lassen. Ja, der schrieb mir und dann ging ich rüber. Es war auch alles ganz gut und schön, aber ich hatte hier eine Braut und die konnte ich nicht gleich mitnehmen. Ich hatte ja damals aber versprochen, Sie zu holen, sobald es geht. Doch wir hatten so ein bisschen Krach vorher. Ich bin nämlich etwas jetzt, ohne ich, müssen Sie wissen. Naja, und jetzt bin ich wiedergekommen und wollte Sie holen. Moment, aber... ㅎ Bis zum nächsten Mal.